Hyundai enthüllt ein neues Wasserstofffahrzeug, das Konzeptauto Intrado, das hier auf dem Genfer Autosalon 2014 seine Weltpremiere hat. Entwickelt wurde der Intrado vor allem im europäischen Hyundai-Designzentrum in Rüsselsheim. Besonders leichte Werkstoffe, eine optimale Aerodynamik, cooles und zugleich praktisches Design außen und innen, sowie ein stark verbesserter Wasserstoffantrieb sollen den Weg in die moderne Mobilität weisen. 600 Kilometer Reichweite gibt Hyundai für das 4,17 Meter lange Wasserstoffauto an. Zudem beschleunigt der Intrado in nur 8 Sekunden von 0 auf 100.